Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer neuen Folge von Blacks Fazit. Das ist jetzt für heute die letzte Folge. Morgen sind es ganz normal drei. Allerdings ist Essence Creed morgen kürzer, weil wir da heute Überlänge hatten. Ja, heute bei Blacks Fazit haben wir ein Horrorspiel auf der Liste, Craven Manor. Ein Spiel aus dem Jahre 2014 von Demon Awakened Studios. Das ist mal wieder was ganz anderes. Die letzten zwei Parts hatten ja mit Dinos zu tun. Heute haben wir eine komplett andere Baustelle. In dem Spiel geht es um einen Protagonisten, einen Unbekannten. Man sieht nicht wie er aussieht, man erfährt nie einen Namen. Der ein Anwesen aufsucht, das Craven Manor. Dort drin findet er verschiedene Notizen und Aufzeichnungen und andere Zeichen, dass dort etwas Schreckliches vorgefallen sein muss. Er wird von einer Bronzenpuppe verfolgt, die ihn töten will. Und letztendlich ist das Ziel herauszufinden, was eben mit diesem Anwesen passiert ist. Wie immer aufgeteilt in die Kategorien Story, Gameplay, Grafik und Sonstiges mit drei positiven und drei negativen bis auf Sonstiges. Wie immer Spoiler-Alarm und wie immer ist es nur meine Meinung. Was finde ich bei der Story gut? Das erste, was mir auffiel, als ich das Spiel gespielt habe, war, dass die Atmosphäre absolut geil ist. Man ist in diesem Haus, es ist Nacht, es ist draußen ein Gewitter und es passt immer drin. Man hat immer dieses Gruselgefühl, man hat immer das Beobachtet- oder Verfolgtgefühl. Egal in welchem Raum man sich in diesem Haus aufhält, egal was man liest, egal welches Rätsel man hat, es ist alles so ein bisschen mysteriös, alles so ein bisschen unheimlich, alles so ein bisschen gruselig. Zumindest mir ging es so. Ich bin ja kein abgeletterter Horrorspieler, wie man weiß. Gerade in diesem Spiel war ich teilweise ziemlich, nicht ängstlich, auch nicht panisch, aber sehr nervös. Und das sagt schon was. Was ich noch gut finde bei der Story ist, dass man die Hintergründe von Craven Manor gut verfolgen kann. Wie ich schon vorher sagte, es gibt immer mal wieder Aufzeichnungen, es gibt Notizen, es gibt kleine Hinweise, was passiert ist, was für Abgründe in diesem Haus vorgefallen sein müssen. Ganz am Ende natürlich auch deutliche Hinweise im sogenannten weißen Raum. Um eine Art, wie soll ich es nennen, eine Art Hobbykeller, sagen wir mal, wo der Lord Craven seine Experimente gemacht hat, wo man schon teilweise ziemlich heftige Sachen findet. Also man übersieht nichts, man hat zumindest in diesen Sequenzen, in diesen Ersorgungssequenzen, hat man keinen Zeitdruck. Es leuchtet auch und man, ja, man kann es einfach gut verfolgen. Das dritte, was ich bei der Storytube gut finde, ist, dass es zwei verschiedene Enden gibt. Es gibt ein gutes Ende und ein böses Ende. Beim bösen Ende hat man einen Endkampf gegen, wie soll man es sagen, ich würde es jetzt bezeichnen als die Oberpuppe. Ich bin der Meinung, dass das immer noch William Craven war. Das war eine Puppe mit leuchtenden blauen Augen und am Ende brennt das ganze Haus und man muss sie eben besiegen. Wird aber dann von einem Zeichner schlagen und letztendlich ist man selber eine Puppe. Das ist das schlechte Ending. Im guten Ending, wenn man im Spiel ein paar Gegenstände gefunden hat und richtig platziert, kann man das Haus verlassen und ist letztendlich in einem, ja, man verschwindet letztendlich im Weiß. Man hört Vogelgezwitscher, man ist wohl entkommen und viel wird da nicht erklärt. Was finde ich bei der Story nicht so gut? Und ein bisschen, habt ihr es wahrscheinlich schon gehört, weder die Story noch die Enden sind wirklich erklärt. Die Story setzt sich im Grunde nur zusammen eben durch das, was man liest, durch die Aufzeichnungen, durch die Memos, durch die Sachen, die man findet. Teilweise sind es auch Fotografien oder Zeitungsausschnitte etc. Bei den Enden wird halt auch nicht wirklich erklärt. Bei dem einen Ende wird nicht erklärt, wie man überhaupt entkommen ist, weil wie gesagt, man verlässt nur eine Art Aufzug. Und ist dann eben in Weiß und hört die Vogelgezwitscher und kann sich davon ausgehen, dass man draußen ist. Bei dem anderen Ende ist man nach dem siegreichen Kampf eine Puppe, eine von den Geistwesen, die das Haus bevölkern. Man weiß halt auch nicht, war man schon die ganze Zeit eine Puppe oder ist man dazu gemacht worden. Und die Story selber, es gibt halt ein paar Sachen, die nicht aufgeklärt werden. Es gibt so ein paar, wie soll ich sagen, ein paar Detailnotizen, die irgendwie, wo man das Gefühl hat, sie laufen ins Dunkle. Das finde ich ein bisschen schade. Cravenwanner hat eine Story, aber es ist irgendwie schwer, die zu verstehen. Es ist schwer dazu folgen, obwohl man eigentlich gut die Sachen findet und sie auch nicht zu schwer geschrieben sind. Aber das alles in der Reihenfolge zu bringen und nachzuvollziehen, das ist ein bisschen verwirrend, ein bisschen kompliziert. Was ich noch bei der Story schade finde, ist, dass es eigentlich wenig Wiederspielwert hat. Was wirklich schade ist, weil die Story eigentlich gut ist und auch das Spiel gut ist. Aber man hat keinen Grund, das nochmal zu spielen. Es sei denn, man hätte das zweite Ende nicht gefunden oder möchte alle Errungenschaften haben. Es gibt ja ein paar Errungenschaften, ich persönlich habe das Spiel ja über Steam, deswegen. Aber ansonsten, die Horroreffekte sind, würde ich behaupten, zwar gut, aber sie klappen halt nur einmal. Danach hat man keine Angst mehr. Und das Spiel ist halt sehr kurz. Wir hatten neun Parts. Aber man muss auch dazu sagen, dass ich teilweise wirklich ein bisschen rumgebummelt habe, dass ich mehr bei Let's Space grundsätzlich Zeit lasse. Ich weiß, dass andere Spieler teilweise in ein, zwei Stunden oder einer halben Stunde vielleicht sogar das Spiel durchhaben. Das dritte, was ich beim Spiel schade finde, ist, dass es nicht viele Gegner gibt. Im Grunde nur zwei. Es gibt die reine bronzene Puppe, die du von Anfang an hast, die du gleich, bevor noch irgendwas passiert im Haus, sehen kannst, dann noch auf dem Sockel. Und die dich danach sehr lange verfolgt und auch tötet, wenn sie kann. Und es gibt den Endboss, die andere Puppe mit den blauen Augen, wo ich eben dachte, es wäre William. Und mehr Gegner gibt es nicht. Es gibt dann nochmal einen Geist. Das ist so eine weiße Lichtkugel. Die hilft dir aber, weil sie Hindernisse dir aus dem Weg räumt oder weil sie dir Hinweise zeigt. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, so ein Geisterhaus bietet, ich finde, da wäre mehr drin gewesen. So ein Geisterhaus bietet so viele Inhalte, so viele Informationen. Ich finde, man hätte nicht unbedingt mehr Gegner von der Anzahl her bringen müssen können, aber mehr unterschiedliche. Weil im Grunde, du hast nur die Puppen. Das ist halt, ich persönlich mag keine Puppen, das hat man beim Spielen sehr gut gemerkt. Deswegen, ich fand es immer gruselig. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es viele gibt, die da sagen, naja, das ist jetzt nicht unbedingt das Wahre. Kommen wir zum Gameplay. Gut vom Gameplay finde ich einmal die Mechanik. Die Mechanik dreht sich nämlich vor allem um ein Raummodell, um ein Hausmodell. Es geht vor allem darum, dass man immer wieder Modelle von den einzelnen Zimmern findet und dann am Hausmodell anbringt, um sie besuchen zu können. Die kann man verschieden ausrichten, was einem teilweise Vorteile geben kann. Und das ist eine nette Idee, je nachdem, wo man die Zimmer hinsetzt, dass eben man da dann auch hin kann. Die anderen Türen sind meistens verschlossen. Wenn man mehrere Räume hat, natürlich nicht, aber in der Regel sind die anderen Türen verschlossen. Und das finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Was ich noch gut finde, ist, dass sowohl der Schwierigkeitsgrad als auch die Speicherpunkte fair sind. Man kann nicht selber speichern. Und Schwierigkeitsgrad gibt es zwei verschiedene. Es gibt in den normalen und es gibt einen Albtraummodus, wo aber auch von Anfang an gesagt wird, Hey, du hast hier nur eine pianische Taschenlampe, Ergon eine Taschenlampe, die nicht dauerhaft läuft. Und Hey, hier sind die Gegner tödlicher. Wird man von Anfang an gewarnt. Deswegen finde ich es fair. Und die Speicherpunkte, die sind nach jedem Raum an sich, sind auch ganz gut. Das dritte, was ich beim Gameplay gut finde, sind die Rätsel. Wie schon bei Jurassic Park The Game gesagt, beim letzten Mal. Ich bin nicht unbedingt ein Rätseler. Craven Manor ist so ein bisschen, also es ist ein Horrorspiel, aber es hat halt auch viel mit Rätseln zu tun. Und die sind sehr abwechslungsreich. Da gibt es viele verschiedene. Es gab ein Bilderrätsel. Es gab ein Tonrätsel. Es gab mehrere, wie soll ich sagen, in Anführungszeichen Entkommen-Rätsel. Zum Beispiel im Schlafzimmer mit der Puppe, wo ich eine Weile rumgehangen habe. Wo man ein bestimmtes Seil ziehen muss, damit man entkommen kann. Ähm, dann muss man beim Endkampf herausfinden, wie der Kampf funktioniert, weil der Charakter keine Waffe hat. Er hat wirklich nur die Taschenlampe. Und kann auch nicht sich verstecken, er kann nur weglaufen. Und sie sind halt gut eingebunden. Man hat nie das Gefühl, oh, schon wieder ein Rätsel. Sondern, ähm, es passt gut. Und das finde ich sehr schön. Was ich beim Gameplay nicht so schön finde, ist, dass man die Spielkürze spürt. Warum spürt man sie? Weil sich vieles wiederholt. Im Grunde ist das Spiel vom Gameplay her nicht monoton. Monoton ist das falsche Wort. Aber es wiederholt sich. Man sucht ein Modell. Man bringt es an. Man besucht dieses Zimmer. Füttet darin ein paar Zeitungsartikel, Notizen, sonstiges. Hat hin und wieder mal einen Horroreffekt. Und sucht das nächste Modell. Und manchmal auch ein anderer Gegenstand. Also, für das gute Ende braucht man drei Gegenstände. Und zwei davon muss man suchen. Beziehungsweise sind nicht unbedingt sofort ersichtlich. Nur der erste, der Schlüssel, weil der direkt vorne beim Modelltisch liegt. Und, ähm, ja. Das heißt jetzt nicht, dass es schlecht ist. Es ist auch kein riesiger Negativpunkt. Aber man merkt halt, die Ideen waren nicht viele. Es ist auch ein Studentenwerk. Das wird auch im Ladebildschirm eingeblendet. Weil man immer so kleine Texte hat. Deswegen ist es auch kein riesen Negativpunkt. Wie gesagt, man merkt nur, das Spiel ist nicht für lange Zeit ausgelegt. Deswegen, das ist ein bisschen schade. Dazu passt auch das zweite, was ich ein bisschen schade finde. Und im Grunde gerade erwähnt habe. Manche Sequenzen wiederholen sich. Und gerade bei den Sequenzen sind es die Fluchtsequenzen. Wenn man mit der Puppe in einem Raum ist. Das erste Mal taucht die Puppe im Weinkeller auf. Wo sie einem erst gar nichts tut. Sie steht direkt vor einem. Und dann kommt eben dieses Get Out. Und kurz danach musst du das erste Mal wegrennen. Und wir sind da erst einmal gestorben, weil ich nicht gewusst habe, wohin ich rennen soll. Und danach kommt die Puppe in regelmäßigen Abständen. Immer wieder mal. Ich glaube in jedem Raum sogar einmal. Also im Schlafzimmer ist sie auf jeden Fall. Sie war auf jeden Fall auf dem Dachboden. Sie war auf jeden Fall in der Bibliothek. In der Bibliothek wird man sie dann los. Weil sie von zwei Bücherregalen eingequetscht wird. Aber sie war in jedem Raum einmal. Und man muss halt immer... Es wiederholt sich, dass wenn man mit der Taschenabelligungszeit kommt, sie näher. Ansonsten bleibt sie relativ an einem Ort. Ich sage relativ, weil sie manchmal auch von sich aus sich bewegt. Und ja. Also gerade dieses Lieben, gerade dieses... Wann kann ich weggucken und wann muss ich ganz schnell wieder hingucken? Wiederholt sich halt. Und das ist auf Dauer ein bisschen schade. Weil auf Dauer hat man nicht mehr unbedingt Horror. Sondern auf Dauer ist es sogar ein bisschen nicht nervig. Aber auf Dauer denkt man sich halt... Oh nein, jetzt ist die schon wieder da. Und ja. Weiß ich nicht. Das hätte man vielleicht besser machen können. Das dritte, was ich beim Gameplay schade finde, ist, dass die Details bei den Gegenständen ziemlich minimalistisch sind. Das merkt man vor allem, wenn man zum Beispiel etwas hat wie... Wie ein Stück Papier. Ein Stück Papier können ja viele sein. Das können Notizen von William Craven sein. Das können Zeitungsartikel sein. Das können Fotografien sein. Etc. Und immer stehen nur... Also allgemein bei Gegenständen, aber da merkt man es halt besonders, stehen immer nur ein, zwei Sätze. Und manchmal wäre es halt gerade bei sowas wie zum Beispiel dem Anfangsmemo, wo nur da steht, ja, ein bedrohliches Memo an einen Unternehmer und mit dem Betreff, das Haus muss exakt so gebaut werden, hätte man halt gerne den Brief gelesen. Und man kann es nicht. Und später kommen genau sowas, man hätte vielleicht gerne die ganzen Notizen gelesen. Oder bei den Büchern, wo man dann nur sieht, Autor und Titel als Name. Und wenn man dann auf ihn klickt, dann vielleicht einen Satz als Beschreibung. Ist halt recht wenig. Und das ist schade. Da hätte man vielleicht mehr einbauen können. Kommen wir zur Grafik. Bei der Grafik gefällen mir sehr die Musik und allgemein die Geräusche. Weil, wie schon vorher bei der Atmosphäre gesagt, das Feeling passt. Und gerade die Musik macht da ein ganz großes Plus. Weil sowohl die Musik im Hauptmenü als auch hin und wieder, nicht direkt die Musik, aber halt die Soundeffekte im Spiel und natürlich auch die Geräusche. Zum Beispiel, wenn ich die Puppe verfolge, mit diesen Quietschen, haben zumindest mich gegruselt. Ich weiß nicht, wie es anderen geht. Ich kann es nicht nur aus meiner Sicht sagen. Ich fand das sehr passend. Gerade für ein Horrorspiel. Und die war jetzt auch nicht fair am Platz. Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie sich groß wiederholt hat. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass sie oft anders war. Was ich noch hervorheben muss, sind die Modelle. Modelle sowohl von den Puppen als auch von den Räumen, also die Miniaturmodelle, als auch allgemein, wenn man in dem jeweiligen Raum ist. Da gefällt mir halt sehr gut, dass man wirklich das Miniaturmodell gleich gemacht hat wie den Raum selber. Also, dass man vornherein weiß, okay, wo sind Türen, wie groß sind die Räume in etwa. Und dann später es genauso ist. Das finde ich sehr schön. Das dritte, was ich sehr schön finde, komme ich nochmal aufs Hauptmenü zu sprechen, beziehungsweise auch die allgemeinen Menüpunkte. Damit meine ich einfach das Design. Einfach die Optik. Weil man hat, es wirkt so ein bisschen antik. Also nicht antik im Sinne von, es ist überall, es sieht blöd aus. Sondern antik im Sinne von, man hat zum Beispiel ein Journal, wo es dann so aussieht, wie der Protagonist eben mit Tinte reingeschrieben. Man hat einen sehr interessant aussehenden Mauszeiger, der mir echt gut gefällt. Man hat im Hauptmenü bei den Punkten, wenn man sie anbillt, hat man so braune Punkte eben, wie als wäre es Tinte gewesen oder sowas. Das passt einfach cool. Das hat so einen eigenen Touch, der mir gut gefällt. Das finde ich bei der Grafik nicht so gut. Das erste bei der Grafik, und da muss ich, das sehe ich wirklich als negativ. Es ist eigentlich eine Frage, aber ich sehe es als negativ, weil ich es nicht nachvollziehen kann. Liebe Entwickler, wieso sieht man den Protagonisten nie? Warum nicht? Man hat nie irgendeine Art von Spiegel. Man hat den nie gesehen. Man hat keine Ahnung, ob das Mann oder Frau ist. Der redet auch nie. Man hört am Anfang mal ein Atmen, kurz bevor man ins Haus reingeht. Und man hört mal ein Atmen nach dem Laufen, weil er eine Ausdauerleiste offensichtlich hat. Das war es aber auch schon. Man hört nie eine Stimme, gar nichts. Und das ist irgendwie schade. Ich meine, das ist Geschmackssache. Manche mögen das, wenn man halt aus den Augen quasi von der Figur guckt. Ich bin eher der Fan von, dass ich quasi die Figur vor mir sehe, die ich spiele. Vielleicht ist es eigen. Kann sein. Aber ich mag das irgendwie lieber, weil dann habe ich mehr das Gefühl, dass ich eine Figur kontrolliere. Wenn ich das Modell nicht sehe, habe ich so das Gefühl, ich wäre nur Zuschauer und steuer zufällig. Ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann. Ich weiß schon, das ist ein bisschen eigentlich. Ich finde es einfach ein bisschen komisch. Und deswegen nehme ich es eher als negativ, weil es ist halt, wie gesagt, bei dem Format immer nur meine Meinung. Und für mich passt es einfach nicht. Für mich ist es einfach komisch. Das zweite, was ich komisch finde, ist das Blut. Die Bluteffekte. Man sieht im Haus eine Menge Blut. Öfters mal auf dem Boden. Teilweise an Wänden. Das Get Out zum Beispiel war mit Blut geschrieben. Oder es gibt eine Tür im Obergeschoss, die vernagelt ist. Und wo dann dasteht, dass jemand wohl mit Nägeln versucht hat, dran zu kratzen, bis die Nägel geblutet haben. Auf dem Boden ist sehr häufig Blut. Oder auch im Schlafzimmer gibt es ja diese Truhe, wo dasteht, dass mit Blut bedeckt ist. Das, was ich daran... Also das finde ich gut, weil es passt zu diesem Horrorfeeling. Es passt zu diesem unheimlichen Feeling. Was ich komisch finde, ist, wenn man selber verletzt wird, dass man dann... Man sieht schon Blut. Also man hat kurz vor den Augen diesen roten Schleier, der einem anzeigt, man wurde verletzt. Der Punkt ist, dieser Schleier verschwindet nach kurzen Zeiten wieder. Und da, finde ich, passt das Verhältnis nicht. Weil, wenn man jetzt normal verletzt wird, wenn man zum Beispiel am Kopf verletzt wird oder im Auge und man blutet dann, dann verschwindet das Blut nicht einfach, es sei denn, man mischt es weg oder wäscht es weg. Und sonst hat man immer schlechtere Sicht. Und ich fände, das wäre im Spiel cool rübergekommen, gibt es aber nicht. Man sieht in der Umgebung eine Menge Blut, bei sich selber eher selten. Nur wenn man mal verwundet wird und dann eben nur kurzzeitig. Wie gesagt, ich finde da, das Verhältnis passt einfach nicht ganz. Allgemein hätte man vielleicht das Blut. Wie gesagt, ich finde es cool. Ich finde es passend, weil es halt eindeutig zeigt, in diesem Haus ein Schreckliches passiert. Ich denke mir halt nur, vielleicht hätte man es ein bisschen reduzieren können, weil es ist vorwiegend ein Geisterhaus. Und eher auf den psychischen Horror und nicht unbedingt auf Gemetzel. Deswegen, vielleicht hätte man es ein bisschen reduzieren können, aber an sich habe ich da nichts dagegen. Das dritte, was ich bei der Grafik, in dem Fall muss ich sagen, leider bemängeln muss, ist der Weiße Raum. Der Weiße Raum ist einer der letzten Räume, die man betritt. Es ist der letzte Raum im Haus von den Modellen, die man noch nie gesehen hat. Warum finde ich ihn blöd? Er passt nicht ins Haus. Er passt einfach nicht ins Haus. Man muss, also da kommt zum ersten Mal der Geist ins Spiel. Der Geist bringt das Modell hoch, setzt es auch fest und man muss dann zum Weißen Raum mit den anderen Räumen einen Weg bahnen. Das ist völlig in Ordnung. Und wenn man da durch die Räume geht, es verändert sich ein paar Sachen, man hat ein paar Effekte. Das ist auch völlig in Ordnung. Und dann kommt man in diesen Raum. Und das ist, wie gesagt, so ein bisschen der Hobbykeller gewesen vom Lord Craven. Und weil man da schon weiß, dass der ein total psychotischer Wahnsinniger ist, überrascht es einen nicht, was man da vorfindet. Der Punkt ist nur, der Weiße Raum besteht aus Glaswänden. Und davor hat man so dieses klassische Herrenhausfeeling mit festen Steinwänden und alles. Oder so ein bisschen unordentlich im Sinne von Staubweben etc. Überall liegen Bücher herum und oft eben auch Wein. Und im Weißen Raum ist das einfach gar nicht. Der Weiße Raum ist ziemlich sauber. Also ziemlich, nicht komplett Blut natürlich, aber sonst ziemlich sauber. Hat eben die Glaswände, die man vorher nie hatte. Und, ähm, ich weiß nicht. Ich mag ihn von der Idee her. Und ich fand den Weißen Raum echt geil. Aber grafisch muss ich sagen, grafisch fand ich den Weißen Raum unpassend. Weil ich einfach finde, er passt nicht ins Haus. Er passt nicht zu dem, was man bis zu dem Zeitpunkt vom Haus gesehen hat. Das passt auch sehr gut zum Journaleintrag, den sich der Charakter dort macht. Weil der Charakter schreibt dort, ähm, ja, im Gegensatz zu dem Haus, was ich bisher gesehen habe, merkt man bei diesem Raum, dass der nicht normal wirkt. Dass hier Menschen gestorben sind. Dass der einfach nicht dazu passt. Wie gesagt, die Idee ist geil. Aber ich finde, sie hätte anders umgesetzt werden können. Und vielleicht müssen. Natürlich muss es ein bisschen sich abheben. Aber wie gesagt, jetzt mal im Ernst. Glaswände zu Steinwänden. Weiß ich nicht. Kommt mir komisch vor. Geht vielleicht nur mir so. Ich fand es ein bisschen seltsam. Zum Sonstigen. Das sind wie immer weder positive noch negative. Und sind wie immer, oder nicht wie immer. Aber wie meistens sind es drei Fragen. Und in diesem Fall sind es halt auch Logikfragen. Meine erste Frage ist, warum kann man nicht selber speichern? Wie gesagt, man hat Speicherpunkte. Die Speicherpunkte sind fair gesetzt. Gar kein Problem. Aber warum kann man nicht selber speichern? Das ist irgendwie doof. Weil, ähm... Wie soll ich sagen? Manche Räume sind ein bisschen ekelhaft. Zum Beispiel das Schlafzimmer. Zum Beispiel, ähm... Die Bibliothek. Zumindest der obere Teil. Und wenn man stirbt, darf man den ganzen Raum nochmal machen. Weil man in den Raum nicht speichern kann. Weil die Autobots-Speichpunkte immer nur Zwischenräumen sind. Und das finde ich doof. Das... Also, ich kann es verstehen. Es war auch fair. Es war jetzt nicht so, als hätte man fünf Stunden nachspielen müssen. Ich hätte es aber cooler gefunden, wenn man in den Raum hätte speichern können. Ich bin einfach ein Fan von selber speichern. Keine Ahnung. Gerade bei Let's Plays, wenn man dann Zeiten einzuhalten hat, ist das irgendwie besser. Ähm, aber auch wenn ich privat spiele, bin ich einfach ein Fan von festen Speichern. Weil ich dann weiß, okay, wenn ich nochmal was nachspielen muss, ist es meine eigene Schuld, weil ich hätte speichern können. Bei automatischen Speichernpunkten kann man das nicht. Die zweite Frage, die ich habe, das ist, äh, so eine Frage, für die mich wahrscheinlich viele hassen. Wofür ich mich auch teilweise... Ja, was heißt hasse? Aber was ich auch teilweise bei mir blöd finde, aber trotzdem fragen muss. Warum kann der Charakter nicht rausgehen? Warum ist man gezwungen, in dem Haus zu bleiben? Der Charakter sieht so viel Scheiße. Also, psychische Scheiße. Er wird von einer Puppe verfolgt, in der ein bösartiger Geist steckt. Er erfindet die ganze Zeit verstörende Notizen von Lord Craven. Man weiß, wie gesagt, nicht mal, warum er überhaupt in das Haus gegangen ist, weil man kriegt dafür keine Begründung. Man schlagt sich das Spiel und geht dann quasi zur Tür rein und, ja, wird dann reingeworfen. Und, ähm, wenn man rausgehen will, kommt dann immer nur... Also, es kommt nicht mal eine Begründung, warum er nicht rausgeht. Bei Eternal Darkness zum Beispiel hatte ich diese Frage ja auch gestellt, warum man hier Figuren nicht rausgehen können oder wollen. Aber dort hatte man Begründungen. Zum Beispiel sowas wie, ja, ich kann nicht rausgehen, weil ich will dies und das noch erledigen. Oder ich kann nicht rausgehen, weil ich muss, ähm, was aufkehren für mich einfach halt... Für mich einfach von meine... meinem Charakter her. Aber in diesem Fall hat man keine Begründung. Es kommt nur, ja, draußen tobt ein Sturm. Die Tür bebt leicht, bei genauem Hinsinn. Und dass es halt die Ausgangstür ist. Und, äh, sonst kommt nichts. Wenn man das, äh, gute Ende hat, geht man gar nicht durch diese Tür raus, sondern geht aus dem Aufzug direkt raus. Und beim bösen Ending wird die Tür zerstört. Oder was heißt zerstört? Im Grunde verwandelt sie sich in eine Art Loch, die die Popper letztendlich reinzieht. Ähm, die... Vorher sieht sie auch schon deutlich anders aus als zu sonstigen Spielzeiten. Aber es bringt einem halt nichts. Weil man eben dann kurz danach, wie gesagt, K.O. geht. Weil es ist ja das böse Ending. Wie gesagt, ich hätte es verstanden, wenn der Charakter irgendeine Art von Begründung gegeben hätte, warum er nicht rausgehen kann oder will. Aber er gibt keine. Und das finde ich doof. Das, das passt einfach nicht. Das, ich weiß schon, Horrorspiel und zum Horrorfeeling gehört es irgendwie, dass man, äh, gezwungen ist, das durchzumachen, dass man nicht einfach abhauen kann. Aber trotzdem, irgendwie passt das nicht. Das dritte hat mit dem Speiseaufzug zu tun. Es gibt einen Speiseaufzug im Haus. Dieser Speiseaufzug wird auch mal erwähnt. Und eben im Ladebildschirm, bei diesen Einblendungen, bei den Texteinblendungen, dass der wichtige Gegenstände transportiert. Der Punkt ist aber, dieser Speiseaufzug ist völlig egal für das normale Spiel. Völlig. Dieser Speiseaufzug ist nur genau einmal wichtig. Und zwar für das gute Ending. Wo man, wie gesagt, mehrere Gegenstände braucht. Und, ähm, Einer der Gegenstände, das ist ein Hebel, muss man per Speiseaufzug von einem zu anderen Ort transportieren. Damit man dann später Zugriff drauf hat. Liebe Entwickler, warum ist der Speiseaufzug egal? Warum schreibt ihr stolz in Ladebildschirm, dass er wichtige Gegenstände transportiert, wenn er für das normale Spiel völlig egal ist? Weiß ich nicht. Verstehe ich nicht ganz. Ist jetzt nicht negativ, weil, ehrlich gesagt, war der nicht wahnsinnig wichtig. Auch mir war der jetzt nicht wahnsinnig wichtig. Aber es ist eine Frage, die ich mir ernsthaft stelle. Ähm, wenn man schon sowas einbaut, was eigentlich eine gute Idee ist, hätte man das ja ausbauen können. Man hätte zum Beispiel verschiedene Gegenstände transportieren können. Schlüssel vielleicht oder ähnliches. Ähm, oder Notizen, die man sammeln muss. Keine Ahnung. Und das passiert halt nicht. Wie gesagt, kann ich negativ. Ich verstehe es noch nicht ganz. Deswegen für mich ist es ein bisschen eine Logikwieder. Um zum Fazit zu kommen. Ich habe mich bei Craven Manor, wie gesagt, ziemlich gegruselt. Ich fand das Spiel ziemlich geil. Ähm, gerade zu spielen hat mir Spaß gemacht. Obwohl ich in der Zeit mich immer wieder gefragt habe, wieso spiele ich das überhaupt? Und, oh Mann, was habe ich mir da eingehandelt? Aber genau darum geht es ja in einem Horrorspiel. Man soll ja sich gruseln. Man soll ja Angst haben. Man soll ja am Ende denken, ja, eigentlich war das geil. Ähm, was ich halt schade finde, ist, wie gesagt, dass die Story eher so halb sichtbar ist. Oder eher so halb im Spiel eingebunden ist. Ähm, das nimmt halt nämlich irgendwie Feeling. Weil nur Feeling allein, ähm, rettet halt kein Spiel. Zumindest laut meiner Meinung. Ich habe gerne Spiele mit Story, weil, keine Ahnung, dann fühlt es sich einfach mehr wie lebendig an. Dann fühlt es sich mehr an, wie, dass es gespielt werden will. Dann fühlt es sich mehr an, als würden die Entwickler wollen, dass man es spielt. Ähm, geht vielleicht auch wieder nur mir so. Kann sein. Von den Sternen her würde ich dem Spiel, hm, drei Sterne geben, bis dreieinhalb, keinesfalls mehr. Dafür ist es halt einfach zu wenig Geschichte. Dafür ist es zu kurz, finde ich. Ich finde, man hätte mehr Inhalt reinbringen können. Dafür, ähm, finde ich teilweise es einfach ein bisschen nicht gruselig genug, oder vielleicht auch ich will jetzt nicht lahm sagen, weil lahm ist halt wieder ein gemeines Wort, was eigentlich nicht reinpasst. Ich will damit einfach nur sagen, es hätte anders laufen können. Einfach, es hätte, ähm, mehr Intensität haben können. Gerade mit dem Wiederspielwert, der quasi null ist, wenn man beide Enden kennt, ist schade. Gerade, ähm, dass es halt nicht so viele Ideen gab, offensichtlich für das Spiel, ist schade. Ich meine, es ist ein Studentenwerk. Für ein Studentenwerk finde ich das Spiel sehr gut. Für ein ausgewachsenes Studio finde ich es nicht ganz so passend. Deswegen, also, weil es ein Studentenwerk ist, ruhig dreieinhalb Sterne, aber mehr auch nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu abstrus mit meinen Meinungen. Gerade bei dem Spiel habe ich das Gefühl, dass ich da ein bisschen, ähm, nicht ganz passendes gesagt habe. Aber ich habe mir echt Müll gegeben und genau, deswegen hoffe ich nicht, passt das. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns morgens zu den drei normalen Folgen wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr, wie gesagt, Kommentare jeder Art, gerne, wenn ihr Feedback geben würdet oder wollt. Und genau, wir sehen uns dann bei Blacks Fazit nächsten Freitag wieder. Und bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.